Herzlich willkommen zu Piano by Ear, Klavierspielen nach Chor. Was bedeutet das? Vielleicht haben Sie früher schon Klavierspielen nach Noten gelernt. Sie haben den klassischen Weg gelernt und merken jetzt aber, Sie würden sich gerne lösen von diesen Noten. Sie haben ja irgendwelche Songs, die Ihnen gefallen und Sie würden sie gerne spielen, aber Sie haben keinen Plan und haben keine Ahnung, wie das funktionieren würde. Innerhalb von 10 Lektionen zeigen wir Ihnen, was es dazu braucht. Wir lernen verschiedene Begleitmuster, wir lernen Transponieren, Akkordeumkehrungen und Tricks und Kniffs, die dazu führen, dass Sie sich freier ausdrücken können im Klavier. Am besten kommen Sie vorbei auf eine Probelektion und wir zeigen Ihnen vor Ort, wie das aussehen würde. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann, wenn Sie fünfmal für den F Maxwell können. Wir freuen uns auf Sie. Wir verlieren können so viel, wie das Pl Babylonier oder am Ende fest. Wir freuen uns auf Sie, immer etwas diere, wir freuen uns auf Sie zu sein. Wir freuen uns auf Sie.